Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video! Heute spielen wir Fernbus-Simulator. Weil ihr euch gewünscht habt, dass ich nochmal ans Lenkrad gehe, werde ich heute Fernbus-Simulator spielen. Ich werde gucken, was ich hier machen muss. Ich habe es noch nie gespielt. Wir gehen einfach rein und los geht's. Warte mal, was? Ich kann Paderborn! Was? Karriere oder freie Fahrt? Äh, Karriere? Äh, freie Fahrt? Och nein, ich kann gar nicht in Paderborn starten. Bielefeld? Oder? Doch, Paderborn! Steuerungsmodisch, ich weiß, was soll ich nehmen, Chat? Realistisch oder Arcade? Ich nehme realistisch. Ich habe einen Charakter? Das bin ich! Ich sehe so aus wie Manfred! Nein, das bin... Okay, ich nehme mal männlich. Realistisch, yeah. Yeah. Komplett aus, Radim. Wie kann ich... Wie kann ich so nach links gucken? Ach, nur so? Kann ich nicht mit dem Lenkrad nach links gucken? Nee, okay. Ah, ja okay. Dann ist es ganz einfach sogar. Okay, Leute. Dann wollen wir mal. Man! Chat chillt. Ich kann Bus fahren. Ich brauche Hilfe. Wie fahre ich rückwärts? Wie fahre ich rückwärts, Chat? Ich komme nicht raus. Ich brauche Hilfe. Können Sie mir helfen? Ich komme nicht raus. Hallo? Hallo? Entschuldigung, können Sie mich... Warte mal! Das ist doch genau der gleiche! Nee, oder? Können Sie... Oh! Können Sie mir helfen? Hallo? Da ist ein Taxi... Taxifahrer helfen immer gerne. Ähm... Warte mal. Nee, oder? Wollte schon sagen, Digga, warum sieht jeder Taxifahrer gleich aus? Bremse gedrückt halten. Ja, ich fahre gleich weiter. Es geht gleich weiter hier in Faderborn. Soll das hier ernsthaft Faderborn sein? Ich kenne die Stelle hier gar nicht. Chillt mal ein bisschen. Hier müsst ihr auch ein bisschen vorsichtiger fahren. Ja, chillt. Auf Flixbox-Anmeldung. Faderborn, Busbahnhof. Um 11.23 Uhr müssen wir am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe sein. Starten wir die Fahrt, ne? Es ist, äh... 9.55 Uhr. Ah, nee. Wir müssen erstmal noch alle... Kommen Sie rein! Rein mit Ihnen! Ihr könnt reingehen. Einmal, ja genau, einmal Handy vorzeigen, bitte. So, Sie zuerst. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind, ähm... Koray Ulrich? Kann das sein? Sind Sie Koray? Ich seh auf Ihrem Handy, ich kann nicht so gut sehen. Koray? Ulrich? Check-in. Ich weiß es nicht, tatsächlich. Hab sie... Hm. Ähm, ich kann's Ihnen nicht sagen. Kommen Sie aber mit! Ach, Mann. Nee, sie... Genau. Ja, ja, genau. Andere Richtung fahren wir. Genau. Jetzt müssen Sie gehen. Sie, ähm... Busbahnhof, ja. Weil, wer... Ist schon mal richtig? Benno. Benno, Sie sind drin, ja. Steigen Sie ein, Benno. So. Grezi, mein Arsch, Junge. Was ist los mit dir? Red nochmal. Ryan Luz. Ryan Luz. Ich hab dich draufgeschrieben, leider. Schade. Danke. Ah, okay. Servus. Wen haben wir hier? Julia Heinze. Julia? Verpissen Sie sich. Mein Fehler. Verpissen! Warte, warst du nicht... War der nicht gerade noch... Grezi, bin ich hier richtig? Grezi, Fressehalten. Ja, sie sind leider richtig. Was ist denn mit dem los? Moin, keine Ahnung, Junge, dein Name steht da. Koray Ulrich. Ja, ja, Koray, naja. Was für tschau, Bruder. Ja. Damien Bartle ist gültig. Ja, leider. Mein Ticket. Mein Ticket. Vielen Dank. Noch mal Bart rasieren? Hallo. Ist das wirklich... Hallo, äh, I look, I look. Ela Magvadrat. Yes. Hallo. Könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Äh, Sie können auch Hallo sagen, weil ich kann Deutsch. Nur weil ich schwarze Haare hab, heißt das nicht, dass ich kein Deutsch kann, okay? Also sagen Sie Hallo zu mir. Ich hab Abitur. Mit 3,52 nur, aber ich kann Deutsch. Schwanz. Einmal... Wohin müssen Sie? Der Fahrgast möchte nach Strahl zu uns. Ich strahle ihm gleich in sein Gesicht. Strahl zu uns. Ach dann. Ich guck mal eben, was das kostet. Ne, ist nicht auf unserer Route. Da hab ich mich wohl vertraut. Ja, haben Sie. Was ist mit dir? Ich suche mir gerade eine neue Verbindung. Ja, okay. Ich fahre dann mit dem nächsten. Okay, okay, da weiß Bescheid. So. Will keiner sein Gepäck abgeben? Ne, da war es das jetzt hier, ne? Also wir müssen los. Wir haben auch einen strikten Zeitplan. Wieso müssen Sie direkt hinter mir sitzen, ne? Überall ist Platz. Direkt hinter mir. So, meine Freunde. Gepäcklücken sind noch auf. So, es sind noch eine Gepäckluke. Wir müssen uns beeilen. Wir sind schon nicht mehr in der Zeit. So, dann wollen wir mal. Ach nein, Mann. Assistent. Ausgangsposition. Okay, ganz nach rechts. Habe ich. Ah, jetzt gebe ich vernünftig Gas. Yes. Warte mal. Warte, Blinker möchte ich umschalten. Kopf-Sensitivität. Okay. Ich wollte eigentlich... Ach, mein Eye-Tracker wird doch benutzt. Äh, ohne mein Eye-Tracker. Hat er jetzt alles auch übernommen? Ja. Ich kann leider nicht blinken. Ich mache ohne Blinker-Chat. Los geht's, Leute. Bitte einmal anschnallen. So, meine Freunde. Meine Damen und Herren. Ich halte mein... Watch. Hallo. Seien Sie froh, dass ich überhaupt fahre, ja? Sonst würden Sie niemals in Kassel ankommen. Meine... Ist ja gerade... So, jetzt wird Musik angemacht. Gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Ich weiß nicht, ob das dem Reifen so gut... Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet. Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf fixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt müsst bitte den Fragebogen, den wir euch bei Ihnen zuschicken. Vielen Dank für Anaconda 12. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hallo und willkommen zu Flixbus. Wir haben dich auf Bord und dass wir dich auf Bord haben können, dass wir dich zu deinem Lieblingsstelle heute kommen können. Bevor wir starten, wir wollen ein paar Informationen über die Fahrt übernommen. Die Wearingen von Seatbelts ist compulsory auf Bord der Bord. Deshalb, bitte bleiben deinen Seatbelts festen über die ganze Fahrt übernommen. Oh, schneller! Ich kann nicht bremsen! Ich kann nicht bremsen! Wir schaffen das, Leute! Gebt mehr Gas! Die Musik war zu aggressiv. Normal fahre ich da so ein bisschen. Soh, ich kann nicht einfach raus, man kann nicht schwachen. Ich kann auch von ihr werfen, wenn es wieder gebrochen wird. Und deshalb ist das so, was mir passiert. Ich kann dich nicht mehr werfen, weil es so ein bisschen mehr glücklich hat. Ich will dir das so, was ich schon gesagt habe. Ich hoffe, dass du einen Gehleitung auf Sceinten bei Flixbus. Wir warten auf den Gehleitung. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Anschnallen, Leute! Ungewohnt, wenn alles Kollision hat, nicht? Was passiert? Ach so! Ups, ich bin hinten wo reingefahren. Ach, Decker. Die anderen fahren heute komisch, Shit. So, rechts abbiegen. Es ist noch grün, es ist noch grün. Wartet, wartet. Es ist noch grün. Oh mein Gott, viel Spaß beim warten. Ha ha! Carry on my wayward side. Let me peace when you are gone. Let your weary heart do is. Don't you cry no more. Oh, ups. Nicht rückwärts, nicht rückwärts. Und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir Richtung Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch, findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen. Carry on my wayward side. The BP's when you are done. There you are, we are tourists. Don't you cry no more. Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes. Überholen. Ich überhole sie. Ich überhole alle. Oh nein, da kommt ein Auto. Okay. Zweiter Versuch. Let's go. Oh nein, 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 nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Alles gut, alles gut, Leute. Und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Yeah. Wir schaffen es. 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 Okay, leichter Unfall, ist okay. Okay, Flixbus. Hallo und willkommen zu Flixbus. Hat da gerade wer Sonntagsfahrer zu mir gesagt? Wir sind glücklich, dass wir dich an Bord haben und dass wir dich zu deinem Lieblings-Destination heute kommen können. Bevor wir starten, wir wollen uns ein paar Informationen über die Reise. Wer von euch war das? Hä? Ja, auf einmal guckt jeder auf sein Handy, ne? Ne? Ja. Besser ist. Okay. Wenn ich noch einmal was höre. KSI. Dann fliegst du raus. Ja. Und du auch, Helmut. Okay. Ja. Ja, Oma Lisa. Sie auch. Du fuckst eh schon die ganze Zeit ab. Es regnet. Wir beeilen uns lieber. Ups. Ich muss mein Vater stolz machen, Chad. Ich muss mein Vater stolz machen. Mein Vater war auch mal Busfahrer. Es regnet. Es regnet. Es regnet. Es regnet. Es regnet, Chad. Wo ist meine traurige Playlist? Es regnet, Jett. Sie waren sich sicher, dass der Laden nicht für ewig hält. Er hat's für uns gemacht, für Papa würde ich töten. Danke, Baba, du hast den Charakter eines Löwen. Ich saß in der Schule ohne Hausaufgaben. Parallel öffnete Baba ein Autoladen, damit wir's besser als er haben. Sowas wird bei mir nie in Vergessenheit geraten. Ich schätze, was ich habe. Ich schätze deinen Namen und dein Name wird von meinem Tod das Letzte, was ich sage. Ich war ein kleiner Junge, der nur Dummheiten macht, aber deine Tränen haben mir Vernunft beigebracht. Danke, Baba, dass du mich und deine ganzen Kraft und deine ganzen Wissen zu einem Mann gemacht hast. Ich will nicht mehr hören, dass du älter wirst, weil dann irgendwas in mir auf einmal seltsam wird. Danke, Baba, du hast mich mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Wissen zu einem Mann gemacht. Ich will nicht mehr hören, dass du schwächer wirst. Du hast immer versprochen, dass es eines Tages besser wird. Du hast gewollt, dass ich studiere und mich auf Schule konzentriere, denn du glaubst jedes Mal an den guten Teil von mir. Ich frage mich, wie kannst du so viel Liebe in dir tragen? Du wurdest aufs Enttäuschung von Familie verraten. Du hast gesagt, Matt, du endest perspektivlos, doch heute bist du stolz und zeigst jedem meine Videos. Und wir sind stolz, dass wir so einen Vater haben. Du kannst kein Deutsch, aber kennst jeden Paragrafen. Und weil du mir vertraust, schmeißt du gerade allein den Laden. Traust mir zu, Gott zu gehen und sogar einzucharten. Du bist dir sicher, ich erreiche meine Ziele. Ich beweise dir und schreibe jede Zeile hier mit Liebe. Du bist ein Löwe, der seine Söhne zu Männer machte. Du brachst uns ins Stadion zu Fenerbahce. Als kleiner Junge habe ich unreif gedacht, aber deine Taten haben mir Vernunft beigebracht. Danke, Papa, du hast mich mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Dissen zu einem Mann gemacht. Ich will nicht mehr hören, dass du schwächer wirst. Falsche Richtung? Falsche Richtung, Leute. Ich will nicht mehr hören, dass du schwächer wirst. Alle Straßen führen nach Rom, aber diese nicht. Wir sind wieder auf der Straße. 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 Wir sind jetzt weg. Das ist meine Prime-Time. Meine Eltern werden älter. Hey! Hey! Pass doch auf, Mann! Ich bin zu jung zum Sterben. Du und? In meinem Weekend da. In dem Winniper. Das ist meine Familie, sa. In dem World of Fame. Hab schon gesehen. Wann wird sie ein Foto gehen? Dammt, das Album steigt in den Charts. So lange drauf gewartet, bis der Hype endlich kam. Hass und der Neid nennt dich nach. Dann sind es nur Teils, den man zahlt. Zu alten Freunden hab ich einen schlechten Draht. Zu Zeiten, Zeit, Zeit, letztem Jahr. Ich glaub ich schon mal einsamer war. Ich glaub das ist der Preis, den man zahlt. So viel Cash auf Konto. Mein Geschäft läuft Bombe. Immer schnell alles Pronto. Meine Prime Time. Sind Netflix. Auf Snapchat. Sind jetzt weg, das ist meine Prime Time. Für mich selber. Meine Eltern werden älter. Diese Welt dann. Das ist meine Prime Time, ja. Die Jugend auf Autobahn. Chat, 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 chat. Bitte im Bus. Bitte im Bus. Nen Banger bitte jetzt. Oh nein. Oh nein, oder? Oh man. Oh. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid. Und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Wir müssen fliehen aus der Heimat. Es wird ein Fehler sein. Denn wir müssen sich auf Händen, Mama. Kilometerweit. Sind hyperfroren. Und ein Kuss hält mich warm. Wund mit Krisen geboren. Was für Klunker, Mom. Durchquerten acht Länder. Weg von dem Drecksleben. Und als meine Mutter starb. Mama, du warst 16. Du bist starker Rollstuhl. Durchs Kugeln. Dein Vater starb auch danach. Als im Rollstuhl mein Vater saß. Ich bin mit Schuld. Egal wohin wir gehen. Bruder, Herz, Mama. Vermisst uns. Dann wirst du wieder wegfahren. Fünf scheine Farbe braun. Wie die Augen meiner Schwester. Deine Mille macht mich stolz. Nicht die Mille der Erfolg. Hust auf unsere Reise mit. Tausch, Ruhm, Geld für Gesundheit. Für dich, Mama. Ich dank Gott für all die Krisen. La 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 la. Bis zum Tod meine Familie. La 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 la. Ich werde noch so zufrieden. La 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 la. Wenn mir jetzt in die Türe schiebt. Ah, ah, ah. Und als letztes bist du wach. Und mit der Nacht. Für Feedback zu eurer Fahrt. Und wird nicht satt. Jahrelang zu viel, zahle zu viel verpackt. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Und wünschen eine entspannte Fahrt. Und warte nicht, was ich mach. Unter Tränen im Besuchstag. Keiner kennt mein Leben außer du, Mama. happening, wir fahren. Und jetzt und gehen die ganzen hauert. We queit ist eigentlich die letzte Zrice. Bevor wir die propellenden bei uns, ich werde noch mittig. Was überlege I trade us- planned, 왜 hat man die Wealth? Die Türe sind sehr wichtig. Ich werde調 Popeï- Lalalalala fragt mich man warst du zufrieden? wenn du die Türen schließt? Lalalalala Leipzig, Frankfurt, Erfurt sind wir richtig? ja das passt Laporte, VegPortinone so ein gutes Lied, Chat, oder? oder? seid ehrlich seid ehrlich Chat scheiß auf sie scheiß auf sie ok ich weiß dass ein paar Jungs da draußen die noch an dieses eine Mädchen denken ok und sie hat euch betrogen sie hat mit euch gespielt ich weiß das ist sie es wert dass sie jetzt in eurem Kopf ist ist sie das? nein ist sie nicht hört auf an sie zu denken Chat sie ist kein Gedanke wert versteht ihr? sie hat es nicht verdient oh ich muss raus ich muss raus sie hat es nicht verdient dass sie in eurem Gedanken ist versteht ihr? konzentriert euch auf die wichtigen Dinge fokussiert euch auf euch selbst auf eure Familie scheißt auf sie die 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 sind Nja nora Sie mit am Nämi Sie mit am Zemina Sie mit am Namen Belige de Sandal Ich hab die falsche Ausfahrt genommen. Oh nein. Ich hab die falsche Ausfahrt genommen. Alles verschüttet. Halt's Maul da hinten. Mach sauber auch wieder. Sonst komm ich gleich. Ich sitze im Jaguar. Paffa an der Bosna Cäsar. Denke ein, meine stolze Schwester. Wir waren Bonner. Bonn war die Stadt. Musste zum Küchentisch. Situationen, ich beschützte dich. Fürchten sich. Von Bratrögel gibt. Du hast mich so dafür gehasst. Führten in den Knast. Schlüsse in der Nacht rüttelten dich wach. Den mündelten Kamst. Meiner Träume. In deinem Bruder leider leugnen. Keine Zeugen, Freuden, Tränen. Weil ich auf dich so stolz bin. Schwesterherz, du bist wie 100 Löwinnen. 10 Karat Diamant für die Königin. Dafür danke ich dir. Ich bezahle es dir. Ich bezahle es dir. Schwesterherz, du bist wie 100 Löwinnen. 10 Karat Diamant für die Königin. Sie die Schlüssel schenkt zur Eigentumswohnung und den 500 Bands. Sie kann dein Macbook Pro. Express und Co. Sowjetunion. Das kennst du schon. Chat, dieser Regen, ne? Dieser Regen macht alles noch viel trauriger, finde ich. Wir müssen irgendwie rüberkommen, Chat, damit wir wechseln können. Die Seite wieder. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Chat. Vertraut ihr mir? Wir sitzen gerade alle in diesem Bus. Vertraut ihr mir? Also so eilig habe ich es jetzt auch nicht. Vertraut ihr mir, Chat, wir sitzen alle in dem Bus. Ich habe keinen Bock mehr zu leben. Ja! Sonntagsfahrer. Sie sollten mir auf ihr Navi... Und jetzt sind wir wieder auf der richtigen Richtung, Baby. Oder? Oh nein, sind wir gar nicht. Wir sind gar nicht. Ich dachte, wenn wir jetzt... Ich dachte... Oh nein. Da müssen wir noch mal in dieser Seite. Oh nein. Hier kommen wir nicht hoch. Ja! Hallo, Leute. Oh! Leichter Unfall steht da. Alles gut. Polizei! Oh nein! Äh, äh, äh. Aha. Äh. Ich kriege das noch hin, Herr Polizist. Wir kriegen das noch. Mist, Digga. Mist, Chat. Ich muss auf die andere Seite. Ich muss auf die andere Seite. Mann! Ja, ich muss gleich die Ausfahrt nehmen, Chat. Ich habe keine andere Möglichkeit. Wir kommen leider zwei Stunden zu spät, meine Damen und Herren, die hinten sitzen. Zwei Stunden zu spät kommen wir in Kassel an. Das ist leider so. Aber es regnet. Und ich weiß, wir haben alle traurige Gemüter, okay? Okay. Okay. Und ich weiß, wir haben alle traurige Gemüter, okay? Ich weiß, wir haben alle traurige Gemüter, okay? Ich weiß, wir haben alle traurige Gemüter, okay? Und ich weiß, wir haben alle traurige Gemüter, okay? Wir kommen jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hannover, Paderborn, hier müssen wir wieder raus ZDF, 2020 Ich gebe einfach ein bisschen... Ey! Er fährt einfach gegen mich, ja? Junge, ja. Fahr doch vernünftig. So ein trauriges Lied, Chad. So ein trauriges Lied. Haben Sie es so eilig? Fahr mal schneller. Nach rechts. Fahr nach rechts. Fahr nach rechts. Man darf nicht rechts überholen. Mann. Gewe... Gweedananana Hey, fahr doch zur Seite mal. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Tag gutem. Yeah, yeah. Zur Seite. Yeah. Und das gibt Punkte in Flensburg. Ist mir scheißegal, ob das Punkte... Ich wurde geblitzt. Ich wurde geblitzt. Ich bekle mich von der Polizei. Ich bekle mich von der Polizei. Hey, ich fahre doch, ja. Oh man, yeah, keine Angst mehr zu sterben, keine Angst mehr zu sterben, verstehst du? Hör auf mich zu überholen, ja, selbst schuld, ja, ich muss raus, Leute. Alles verschüttet, danke. So ein Raudi. Fahr mal schneller. Leute, auf jeder Sprache ein trauriges Lied, auf jeder Sprache ein trauriges Lied. Machen wir weiter mit Deutsch, Chat. Weint nicht. Ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus. Was geht denn hier ab? Wow. Wer uns noch ist, vergisst, gezeigt, das ist unsere Zeit. Atem los, durch die Nacht, wenn ein Arschloch ich hier pack. Atem los, Schwanz lutschen, manchmal schmeckt es, manchmal nicht. Atem los, durch den Tag, wenn du mir, wenn mir schnitte. Atem los, linde frei, ohne Dino für uns zwei. Nö, 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 nö. Welche Sprache jetzt, Chat? Welche Sprache jetzt? Welche Sprache jetzt? Ich muss pissen. Welche Sprache jetzt? Arabisch. Was ist das traurigste arabische Lied? Ich muss nach links. Ich muss nach links. Mein Nagel ist angerissen. Oh mein Gott. Das ist das Hand! Wint mein Mann! Wint mein Mann! Und mein Mann! Wint mein Mann! Untertitelung des ZDF, 2020 Mach mal Platz jetzt! Gerne. Wir sind da. Und Kassel freigeschaltet, meine Freunde. Und wir haben Kassel freigeschaltet. Ist das schön, Leute. So, wie geht es euch? Wird alle schon raus? Und, wie fahndest du die Fahrt? So, möchte irgendwer aus... Möchte keiner mehr mitfahren? Achso, brauchen sie ihre Koffer? Haben sie ihre Koffer alle? Haben alle ihre Koffer? Dann ist ja gut. Moin! Wo sind wir denn gerade? Soll das hier wieder Paderborn sein, oder was? Möbel aus. Ja, Alter. Ich will eine neue Route. Nee. Neue Route jetzt. Ich will raus... Ich will Richtung Berlin fahren. Neue Route. Wir haben erst Kassel freigeschaltet. Man muss die ganzen Städte freischalten. Dann nehmen wir von Kassel bis nach Halle. Also Richtung Leipzig. Da muss ich eh hinfahren morgen, Chat. Da muss ich morgen früh hin. Warum? Ich bin in Leipzig. Um 17 Uhr. In der... Im Erbe Leipzig Fanshop in der Innenstadt. Also ihr könnt mitkommen. Also auch komm. Hallo. Oh. Hallo. Darf ich... Kann ich Ihnen helfen? Ja. Will ich. Wer sind sie denn? Ria Adams. Ja, Ria. Kommen Sie rein. Wer sind Sie? Patricia Pahl. Ja. Die sind auch mit dabei. Wen haben wir hier? Den... Herrn... Hauser. Ja. Sie sind auch mit dabei. Hören Sie auch so komisch zu denen. Fahren Sie in meine Richtung? Hm. Wen haben wir hier? Hier steht kein Name drauf. Samantha Böhmer. Ja. Zwillinge, oder? Sehr. Bitte schön. Christoph, Schweizer. Nee, verpissen einmal bitte. So ein Mist. Guten Tag. Wen haben wir hier? Den anderen Zwillingen. Asad Erdmann. Asad? Du bist dabei? Wie kann man denn Asad Erdmann heißen? Ja, naja. Moin. Hello. Mein Ticket. Sandro Heinze. Sandro, du bist... Ich muss hier enttäuschen, Sandro. Du bist nicht dabei. Du bist nicht. Moin. Sie brauchen bestimmt mein Ticket zu sehen. So, Fahrgäste. Julia Seifert. Julia... Ja, Jule Seifert haben wir hier. Ich will sie aber trotzdem nicht dabei haben. Einfach... Sie sind sich da ganz dicht. Ja. Bleiben Sie draußen. Nela Hornung. Ja. Leonie, ein bisschen höflicher sein. Okay, Leonie? Sie sind richtig, leider. Okay, Leute. So, Gepäck einchecken, oder? Ich mache es zu. So, wir fahren los. Keine Sorge. Sie haben heute einen sehr vorsichtigen Fahrer. Ich bin Herr Anid, und ich werde Sie heute begleiten. So, Leute. Machen wir Stimmung? Einmal alle... Ah. Okay. Dann wollen wir mal. Ach, warte mal. Wir haben noch nicht alle Passagier... 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 Eingecheckt. Der Fahrgast möchte nach Freiburg. So, da müssen wir mal kurz gucken. Freiburg... Ist nicht auf dem Weg. Ne. Nach Halle, Jule, Seifert ist es, ne? Ja, sind mit dabei, Mann. Baran. Baran, du bist auch mit dabei. Steigt ein jetzt. Ich freue mich sauer werde. Und los. Wie die... Die haben jetzt ihr Gepäck nochmal reingemacht. Oh mein Gott. Ich habe es doch gerade extra geschlossen, Mann. Hä? Los geht's. Hä? Ich fahre gerade mit Tastatur. Mit Tastatur ist entspannter. So kann man gar keine... Ich wurde geblitzt. Sind Sie gerade geblitzt worden? Ja. Muss wer anders zahlen. Fahr schnell, ich bin sauer. Fahr schnell. So. Oh mein Gott, wir haben etwas überfahren. Ja, ist mir egal. Gleich überfahren wir dich. Ich weiß nicht, wie man bremst. Ich wusste ehrlich nicht, wie man bremst. Sonntagsfahrer. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wie man bremst. Ich weiß nicht, wie man bremst. Ich weiß nicht, wie man bremst. Ich weiß nicht, wie man... Okay. Ich weiß, wie man rückwärts fährt. Das ist schon mal gut. Oh, da ist die Polizei. Ja, nur Gott kann mich richten. Ja. Schnell, 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 schnell. Schnell. Wow, was war das denn? Alter, wo hast du dann deinen Führerschein gemacht? Ich wurde wieder geblitzt. Ich wurde wieder geblitzt. Was soll das so sein? Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Kurdistan. Ich habe den Führerschein in Kurdistan gemacht. Ich habe den Führerschein gemacht. Mach mal Platz da. Leute, wie geht es euch da hinten? Wie war dein Tag? Ey, geh nicht ans Handy, wenn ich mit dir rede. Das ist unhilflich. Was? Ups. Sorry, Leute. Okay, wir wechseln wieder auf Lenkrad, Chat. Hey, ich versuche dich. Ich versuche dich. Hey. 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 Oh nein. Was ist Retarda? Tempomat, ich habe die Blinker falsch rum, ich habe ein Tempomat drin. Er wird jetzt die ganze Zeit 80 fahren, weil ich das so eingestellt habe. Ich habe das so eingestellt, ich habe das so eingestellt, ich habe das so eingestellt. Das ist meine Konkurrenz, sie leben hier. Das ist der Barakito-Bus. Ganz einfach, Barakito-Bus. Es ist hier nur Platz für einen einzigen Bus. Verstehst du, Barakito? Verstehst du, Barakito? Zur Seite, Barakito. Okay. Der wird noch sehen, Chat. Fahr vor. Komm, fahr, Barakito. Ich weiß, dass du da bist. Da ist Barakito, Chat. Da ist Barakito. Wir haben nicht gleich Barakito, Flixbus. Oh nein, die Polizei. Warte ab, Barakito. Warte ab. To-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u. Er fährt schnell. Er will abhauen. Er will abhauen. Spur wechseln. Mein Nagel ist angerissen. Wir haben dich gleich, Parakito. Wir haben dich gleich. Digga, irgendwer crasht mich von hinten die ganze Zeit. Mein Nagel ist angerissen. Komm, Parakito, komm. Yeah, Parakito. Wir kriegen ihn nicht runter. Wir kriegen ihn nicht runter. Wir müssen hier runter. Wir müssen selber hier runter. Was geht denn hier ab? Alles gut, Leute. Alles gut. War schon vorher so. Da sind die. Die dürfen nicht vor uns ankommen. Bis gleich. So. Was war das? Ja, Barakito! Ja, jetzt sind wir im Tunnel. Jetzt kommst du nicht einfach davon. Mist. Jetzt hab ich meinen Kaffee verschüttet. Juck keinen. Wir kriegen Barakito nicht runter. Oh nein. Oh nein. Komm schon. Alles verschüttet. Danke. Wir müssen ihn holen. Wir müssen ihn holen. Ich hab ihn jetzt. Jetzt. Ja. Och Mann. Jetzt aber. Jetzt. 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 Ach, Digga. Er kriegt ihn nicht runter. Ich krieg ihn nicht runter. Man muss ihn lassen. Die Büsse werden gut gebaut. Es blitzt sogar. Du weißt, was das heißt, Barakito. Du weißt, was das heißt, Barakito. Da ist die Polizei. Ist mir egal. Ich kotze gleich. Digga, wir kriegen ihn echt nicht runter. Wir kriegen ihn echt nicht runter, Chad. Wir kriegen ihn echt nicht runter, Chad. Wir kriegen ihn echt nicht runter, Chad. Geht's auch etwas langsamer. Jetzt auch etwas langsamer. Samajamuji, dirmajini moji. Sönemajini moji. Dane mani maiaiaiaiai. Cholo mozo baiaiaiaiai. Oder gerade ein Auto vom Blitz getroffen? Sie fahren wie ein Idiot. Oh, mein Gott. . Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als sie. Oh nein! Nein! Yeah! Traurige Musik, Chat. Was war das? Oh mein Gott. Oh nein! Oh nein! Hat der Hamid gesagt? Oh nein! Das Leben kann so schön sein, Chat. Das Leben kann aber auch manchmal scheiße sein. Wichtig ist, dass wenn es mal scheiße ist, dass ich das Leben an den Eiern hab und es wieder flippe. Versteht ihr? Wir müssen alle versuchen Flipper zu werden. Wenn scheiße läuft, flippen wir das Leben. Versteht ihr? Wir dürfen uns nie einschränken lassen von dem was uns gegeben wird. Sondern wir müssen machen. Machen mit dem was wir können. Versteht ihr? Flipper flippen. Flipper flippen, Chat. Nicht flipper flippen nicht. Flipper flippen. Das ist korrekt. Flipper flippen. Flipper flippen. Flipper flippen. Was geht denn hier ab? Flipper flippen. Flipper flippen. Belieb super flippen. Flipper flippen, Nerva preciso flippen. Flipper flippen. Flipper flippen. Was geht denn hier ab? Ich bin zu jung zum sterben. Was geht denn hier ab? Ich dachte, hier darf man nicht so schnell fahren. Jetzt hat mein Kaffee verschüttet. Oh, was war das denn? Ich weiß nicht, ob das dem Reifen so gut ist. Und zack, Halle ist freigeschaltet, Chat. Und wir haben Halle freigeschaltet, Chat. Ich bin der beste Busfahrer, den es gibt. Der beste Busfahrer, den es gibt.